UNTERTITELUNG Hast du das gehört? Los, schnell! Ich töte dich! Cole! Ja! Ja! Cole? Es ist vorbei. Du kannst dich wieder zurückverwandeln. Cole, du kannst das. Tu es für mich. Für uns. Wirf das Zauber-Elixier. Vielleicht wirkt es auch bei ihm. Nein, nicht. Cole, bitte. Du kannst das. Streng dich an. Was ist passiert? Dieses Elixier hat seine Dämonenkraft geraubt. Damals wollte ich Cole damit erlösen. Ist alles in Ordnung? Nein! Du hattest deine Rache. Das ist nicht der Dämon, den du verfolgt hast. Balthasar ist tot. Er kehrt nie wieder zurück. Cole ist nun ein Mensch. Ein Unschuldiger. Ein Unschuldiger.